Der neue QuickRouter von Eagle Version 9 beschleunigt das Leiterplatten-Routing auf bisher ungekannte Weise. Ob das Verlegen einzelner Signale, Bündel von Single-Ended-Verbindungen, Bündel von differenziellen Paaren oder sogar Bereinigung bestehender Leiterbahnen. QuickRoute wurde entwickelt, um das Routing einfach und extrem schnell zu machen. Die QuickRoute-Werkzeuge befinden sich in der Symbolleiste des Routebefehls und der erste Modus routet einzelne Luftlinien. Klicken Sie auf eine Luftlinie und QuickRoute routet eine einzelne Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Diese Funktion ist jetzt auch der Eingabetaste zugeordnet. Wenn Sie während des Routings feststellen, dass Sie sich in der Nähe Ihres Ziels befinden und nur möchten, dass der Router das Segment beendet, drücken Sie einfach die Eingabetaste. Der nächste Modus verlegt ein ganzes Signal und obwohl nicht ganz ein Autorouter, verlegt der QuickRouter im interaktiven Workflow unkritische Signale super schnell und weniger anfällig für typische Autorouter-Eigenheiten. Der QuickRoute-Modus mehrere Signale gleichzeitig unterstützt Single-Ended und Differenzialverbindungen. Wählen Sie einfach die Pads aus, indem Sie einmal klicken und eine Linie ziehen oder verwenden Sie Control, Command und Click und wählen Sie die Signalgruppen aus, die geroutet werden sollen. QuickRoute wird Sie nicht nur routen, sondern auch bündeln, um Sie platzsparend auf in Anführungszeichen natürliche Weise zu verlegen. Schließlich gibt es die QuickRoute-Cleanup-Option, die Längen optimiert und Leiterbahnen begradigt. Dabei werden auch Leiterbahnen, die nur ungefähr 45 Grad sind oder nicht-orthogonale Leiterbahnen angesprochen, die sich dann sauber und konsistenter in das Design einfügen.